Hallo Mallorca Freunde Heute präsentiere ich Ihnen ein außergewöhnliches Objekt in Port Adriano, eine Villa errichtet auf einem Grundstück von 1000 Quadratmetern und hier wurden 695 Quadratmeter verbaut, unter anderem in eine Sauna, ein Gym, ein Kino, vier Schlafzimmer, vier Badezimmer und Suite und vieles mehr. Kommen Sie mit und lassen Sie sich inspirieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020